Also wieder hoch So ziemlich die nervigste Aufgabe überhaupt Aber für eine gute Monsterfalle will man ja was leisten Deswegen muss man dran arbeiten, dass es schön wird Und es funktioniert auf jeden Fall Okay, wieder runter Wie bei einer freundlichen Geste bei der Frau Genau So Ich hab grad mal vielleicht gleich eine Linie durchgezogen Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh 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 Geht's? Ja ja. Alles läuft. Das Schöne ist halt wenn du eine Linie durch hast, dann geht der Rest wie von alleine. So. 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 So, immer höher, immer höher. Ja, klatscht dir irgendein Glas draus, oder? Hä? Oder lässt du oben offen? Oben werde ich wahrscheinlich ein größeres Gebäude drüber bauen, was dunkel ist und das dann so mit so einer Wasserlinie nach unten füllen. Ah, hat was. Hat was, hat was. Ach, die schöne Musik. Ach, die schöne Musik. Ach, die schöne Musik. Ich habe auf Spotify books. Du-du-du-du-du. Okay. 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 Hier geht es jetzt weiter. Und dann ist es halt auch schön, wenn man sich nebenbei ein bisschen Eisen verdient. Die nächste ist hier. Hier geht es ja einigermaßen schnell. Hier geht es ja einigermaßen. Hier geht es ja. Hier geht es ja einigermaßen. 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 Vielen Dank.